Hey Leute, heute zeige ich euch wie ihr Daisy Epoch auf der Map Thiaviana spielen könnt. Dafür geht ihr auf den Link, den ich euch in die Beschreibung klatsche. Downloadet euch eins von den beiden Dateien. Ich habe Mediafire benutzt. Dann packt ihr die Datei, dann kommt die hier raus. Dann geht ihr auf Computer, lokale Datenträger, also da wo Steam drin ist. Genau, geht ihr auf Steam, Steam Apps, Command, AMA2 Operation Errorhead. Ah, verdammt. Und fügt die Datei ganz einfach hier hinein. Dann könnt ihr das wieder schließen. Geht auf Daisy Commander, öffnet den. Dann geht ihr auf die Settings und fügt die Datei, also den Link, den ich euch in die Beschreibung klatsche, fügt ihr hier einfach hinein. Also könnt ihr mit strg und c hier ganz einfach hineinfügen. Jo, und das war's. Bis bald.